Schon gewusst, dass Vorarlberg bereits einige Massnahmen zum Klimaschutz getroffen hat? Eine Schlüsselrolle hat dabei die Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle. Denn über 70 Prozent der im Land erzeugten Energie stammt tatsächlich aus Wasserkraft. Dass Vorarlberg auch ein Vorreiter in Sachen Mülltrennung ist? 128 Kilogramm Müll trennt der Vorarlberger jährlich und steht mit seiner Leistung im Bundesländervergleich an erster Stelle. Dass der heimische Radverkehr im Alltag doppelt so hoch ist wie im österreichischen Durchschnitt? Derzeit gibt es über 400 Kilometer beschilderte Radwege und diese sollen auch in Zukunft konsequent ausgebaut werden. Dass die Züge der ÖBB seit 2019 mit 100 Prozent Bahnstrom aus erneuerbaren Energieträgern wie Wasserkraft, Wind und Sonne auf Schiene sind? Übrigens liegt das Ländle im Österreichschnitt bei der Nutzung von Bus und Bahn auf Platz 2 nach Wien. Dass die Züge der